Was bei Leiber extrem gut ist, wir können hier die Kopfhaube abmachen, zweigeteilt, ja. Wir können nach draußen fahren oder wir können auch das ganze abbringen. Und die Haube auch teilen. Und verstauen dann. Zweite Hälfte hier die Kopfhaube, dann eine Gunge zu tun. Alles gut. Durchdacht. Ja, das habe ich ein bisschen Gedanken gemacht. Alles gut. Durchdacht. Man will ja ein bisschen abheben von den anderen. Hast du es auf der Webseite? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, da sind Bilder, wo es geteilt ist. Und natürlich, man kann sich am Wetter anpassen. Klar. Wenn es so schön wie der Bode ist, man kann Cabrio fahren. Ja, kann man gleich zu Hause lassen. Manchmal weiß man nicht und dann ist gut, wenn man es mitnehmen kann. Guck, da kannst du auch stauen, aber es ist halt begrenzt. Ja. Naja. Ja, wir können probieren. Ich hoffe es passt. Ich habe keinen Vergleich. Ja. Ich habe keinen Vergleich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017